Mein Name ist Sandra Köhler und ich bin seit dem 01.01. bei der RENAC und leite da das Marketingteam. Mein Name ist Ralf Kühn und ich bin 54 Jahre alt. Seit September 2018 arbeite ich für die RENAC. Ich bin im Bereich Kundenservice tätig. Ja hallo, mein Name ist Xenia Marni. Ich bin im Kundenservice tätig. Für die RENAC arbeite ich seit Oktober 2017. Ich bin ja relativ frisch bei der RENAC und ich finde da herrscht eine unheimlich tolle Atmosphäre. Man wird unheimlich offen aufgenommen. Ich denke mal die RENAC hat dieses stetige Wachstum. Die RENAC ist immer up to date. Die ist vorausschauend. Das finde ich toll in einem Unternehmen zu sein, was schon so lange besteht, weil das natürlich auch eine Zuverlässigkeit ausstrahlt. Beruhigend ist es für mich, bei der RENAC zu arbeiten. Das gibt es hier schon seit 150 Jahren und ich gehe davon aus, dass es sich auch die nächsten 150 Jahre geben wird. Man merkt viel Engagement bei den Kollegen, die versuchen das Beste für das Unternehmen und die Kunden damit rauszuholen. Der direkte Kundenkontakt gibt ein gutes Gefühl. Man kann den Kunden beraten. Man sieht, dass er zufrieden den Job verlässt und seine Fragen gegebenenfalls auch Probleme geklärt wurden oder erklärt wurden, sodass keine weiteren Fragen offen sind. Das ist schon ein gutes Gefühl. Das macht die RENAC anscheinend sehr gut, sonst wird es sie nicht so lange geben. Es gibt mir sehr viel Sicherheit und Vertrauen, weil das Unternehmen schon so ein langes Bestehen hat und ich habe ein Gefühl von Familie tatsächlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.